Alles klar! Das beste Spiel von der ganzen Welt! Ab geht's! Valoranto! Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Ist das Istanbul Server? Ja. Alright, nice. Lauterour. Stim beacon in. Reloading! Enemy spot in. Reloading! Going up! Pool caps! Blinders! Reloading! One down. Three. Caution here. Caution here. Bitter! Bike planted! Roman hat 100 kassiert, warum ist er nicht tot? Roman Low Daniel Sun 1-Drop Tevin Als ob der eine sich ne Wendel geholt hat, wer hat sich ne Wendel geholt? Lukas hat sich ne Wendel geholt. Wer läuft besser als Rocky? Wie läuft besser? Wer hat gerade erst angefangen? 1 2 1 Abschuld We go! We don't have spike. Yeah. One of them. One enemy remaining. I got the spike. One enemy remaining. One enemy remaining. Schlaf schön. Küsschen. Schlaf. Maunchstrej. Back site. Open up the sky! I am one. Gecko, kannst du uns helfen? Warum geht der immer alleine, alter? Oh der macht einfach sein eigenes Ding, schon wieder. Ja. Oh. 2x7. 1x7. Oh der regt mich jetzt schon auf. 1x7. 1x7. 2x9. Ich bin ja schon. Auf deinen Feen! Spike, down, B. One enemy remaining. Of course Spike. Reload him. Check out! Go get him, buddy! Go get him, buddy! We got a pick, we move in. Got it? Need a drop. Don't go out, would ya? Thanks! Watch this! Stim beacon here. Fully smoked! Time for free! Reloading! Going up! It's all you, little homie! Not planted! I saw you, Marsh! Out of charges! Let's go! Great. We're saving. We're saving. We're saving. Ach guck mal, ich mach jetzt mal Dolby Atmos an. Rastet das Spiel einfach aus. Ich spiele die, ich mach das. Ich habe sie durchgeführt, ich bin zu schweck. Ich habe es nicht mit dem, ich bin zu schweck. Ich bin mir zu schweck, ich bin mir zu schweck. die old war richtig scheiße vor mir keine ahnung warum ich sie habe in dem Bottletop Komm schon, lass uns gehen! Kann ich wieder? A Aber schon wieder ne, guck mal erstes match frankfurt einfach alle wieder über 60 70 so Warum warum ist das so haben diese leute in der nähe keine server es kann doch nicht sein dass das ist nahe es da einfach frankfurt ist und die Und 60 70 spielen Was Geräusch Geräusch Chat war Geräusch Ich bin ein Schweres Ich bin ein Schweres Chill 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 Aus den Schweren 9,11 Schweres Warum machst du das so spannend? Schraub die schlechten Leute Wie ist das für ein Plan? Haha Egal Aber es läuft gerade gut Lukas, ja als Attacker Ja schon nice Oh scheiße Ich bin ein Schweres Entfernen Gehlo Nice try Guys, can you report Sky for trolling? I don't like you I don't hate you Need help Need help Let's go Don't know, Phoenix What? I saw it Yes, we are Karma, dude, Karma Last player standing I hate to say it, but Probably best to play as a team So, uh, what's the plan? I don't know We have to ask Lucas Felix, Felix, Felix und ich einfach lost Beide lost einfach Das ist nicht so. jetzt wird es noch mal richtig geklauft gekoß raus ja 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 haben wir das verdient ohne dich du Penner hätten wir vielleicht gesiegt du dreckiges Arschloch oh Bianca moin ist er wieder da nein er ist wieder AFK 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 Bist du gut drauf ähm ja ich hab ne Flasche Jackie ähm gesoffen ein paar Leinen Koks geballert um wieder runter zu kommen habe ich äh zwei drei Gramm Gras geraucht und jetzt bin ich eigentlich wieder völlig normal meine ich natürlich alles so in meiner Vorstellung der letzte Spieler stand Ausgleich ist sehr wichtig im Leben ich bin doch immer gut drauf warum bin ich mal nicht gut drauf noch bin ich gut drauf wir waren halt einfach 9-2 am führt ich meine 9-3 die wir können das machen Garage B für B umso früh wach Bianca oder bist du noch wach umso früh wach Bianca oder bist du noch wach was ist das für ne Drecks Elo er ist auf Seite B wir haben Spiked wir haben Spiked chill oh man du scheiß du scheiß wichser chill doch einfach deine scheiß Eier alter doch några wach mal Wärst du schon disconnected? War der wieder da? Bin wieder wach. Um fünf klingelt der Wecker und ich bin jetzt schon hellwach. Versuch aber wieder etwas zu schlafen. Mach das mal lieber. Hast ja noch ein bisschen Zeit, Bianca. Wärme Rhymes. One more. Ich habe keine Ahnung seit wann Gekko wieder da ist. Der stand einfach da. Der stand einfach hinter dir. Du regst dich gerade zu schön auf. Nein, ich reg mich nicht auf. Nein, absolut nicht. Warum sollte ich mich denn aufregen? Warum? Warum sollte ich mich aufregen? Bei solchen kleinen Penner, die nichts anderes zu tun haben, als 24-7 Valorant zu spielen, schon gebrochen sind. Gebrochen in die Kluge, in diesen Dreckspanner. Ach, ich bin nicht gebrochen. Ich hab Spaß. 10, 8. Da war natürlich keiner da von der hat die jet gefakt aber unnötig holt oha lan oha hey lukas wenn wir das verlieren dann war das das erste und letzte match für heute nacht es kann nicht sein dass wir das verlieren danke für die rose danke fürs team herz und dankeschön 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 hier stinkt es gerade echt ein bisschen nach kacke die rose tut gerade gut mann 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 und geko ist wieder weg planten ein heaven spike planted auf der Seite, auf der Seite, auf der Seite Leute bitte nicht, bitte macht das nicht, bitte ich will, ich will nicht anfangen zu kotzen jetzt bitte Lukas, du bist es, ich würde dich ja heiraten aber, ja einen wunderschönen guten Morgen ist alles gut, 10-10, 10-10, war ja nicht so, ich mein, ne, wir waren ja nicht am 9-3 am führen, das ist schon alles okay, 10-10 ist okay wir wollen es ja spannend halten ja, bei mir alles okay, okay, ja, wie immer halt, ne, hoffe bei dir auch Garage Charm on A, one shot, almond smoke, A Going A Two guys died Yeah One enemy remaining Oh man, I don't know Okay Thank you No more doubts, we're ready Danke fürs Vorbeischauen, okay, ja Geht bei dir die wilde Raserei gleich los, ne Ist ja schon, ist ja schon 3.30 Gecko ist Ich report den jetzt einfach mal Ich report den jetzt Warte mal gleich, die Runde fängt an B 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 er kam nie zur schule und hat sich kein bisschen verändert und kommt jetzt einfach nicht weiter so bianca bis später philipp moin die hat zwei gerade haben wir die runde verloren oh fuck digger ich will schädigste seit Zeit Warum muss es so spannend werden ohne scheiß das ist einfach so unnötig geko was hat denn da für ein ping das würde mich interessieren ja 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 Ja! Einfach Roboter teilen. Das nur wegen diesem Penner hier. Boah, Roboter. Scheiße. Okay. Smokes down. Stim beacon down. We're out. Watch your eyes! Reloaded. Launching smoke. Here. Sorry, bro. 30 seconds left. One enemy remaining. Behind, behind. Spike down. Got spike. 10 seconds left. Last player standing. Oh mein Gott. Weißt du, dann verpiss dich doch einfach. Gekko, dann komm doch einfach gar nicht mehr rein, dass wir halt ständig hier ein bisschen mehr Kohle haben und das Ding da nehmen können. Fuck, ey. Ja, müssen wir riskieren jetzt. Ich riskier's jetzt. Hey. Okay. Ja. Charge low. GG. Wind. gg Report das Gecko Drecksspiel Ja ja eben Kannst keinem erzählen Alter ohne Scheiß ey Oss juste Ja 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 eech Ja 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 ja